Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum RPG Minecraft Projekt mit meinem zusammengewürfelten Modpack. Wir haben letztes Mal die Margarete erstellt und haben einen Stronghold entdeckt. Und haben auch ein Gehege gemacht, eine Farm angefangen. Momentan ist es Nacht draussen. Ich habe ganz, ganz wenig Hunger. Ja, wir haben keine Eisending mehr. Eisenspitzhacke habe ich nicht mehr. Und ja, wir bräuchten ein bisschen Eisen, haben wir hier. Gut. Ich habe irgendwie das Achievement hier nicht mehr. Oder habe es nie gehabt. Dann muss ich nochmal einen Ofen bauen. Dann nehme ich mal die raus und mache nochmal einen Ofen und jetzt ist es hier. Dann haben wir einen zweiten Ofen. So. Ähm, ja, gehen wir halt ein bisschen runter. Okay. Wir brauchen Eisen mehr. Dann suchen wir mal das Eisen. Und wieso ist es hierzu? Ah, wir sind wahrscheinlich außen herum gegangen. So. Wir gehen jetzt hier weiter runter auf Ebene 9 und strippen ein bisschen, bis es Tag ist. Ich sehe leider nicht wie viel, ob, wann es Tag wird, sozusagen. Ich möchte ein bisschen tiefer sehen. Auf Ebene 9, das ist die sogenannte Diamantenzone. Und dann kann man als zweites auf Ebene 12, das ist die zweitbeste Zone. Aber ich brauche jetzt vor allem Eisen und noch natürlich umso mehr Diamanten. Aber Diamanten sind gerade ein bisschen wichtiger. So. Hm. Ich höre immer noch Lava. Okay. Okay. Ich habe momentan den Drake-Server auf Vanilla 1.7.2. Wenn ihr drauf wollt, ähm, die IP ist, ähm, in meinem Kanal bei der Über-uns-Ding. Ähm, wie soll ich das machen? Das geht so nicht. Aber so geht es. Oh. Da müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo nach oben kommen. Das ist nicht gut so. Auf diese Seite. Hm. Hier könnten wir... vielleicht so. Aua. Ja toll. Jetzt sterben wir noch. Ach, komm. Nein, mein Tier. Zeig's. Ah, Mist. Wir sind gestorben. Das geht mal gar nicht. Okay, ähm. Wieso geht das Ding nicht? Müssen wir es halt so machen. Ach, Mist. Okay. Was haben wir verloren? Drei Dia haben wir verloren wegen der Spitzhacke. Scheiße. Ich bearbeiten. Hier zu teleportieren. So. Ja, das ist das Schlimmste. Hier. Da bin ich ein bisschen unvorsichtig gewesen. Mist. Also unser erster Tod. Mit dem Lava. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hab die Lava... Also der Ding ist ein bisschen geleckt. Das ist das Blöde. So. Fackeln. Ja, wir haben gar nicht Dia. Okay. Wuschte ich nicht da. Wir haben glaube ich nur drei gefunden. Stimmt. Ähm. Ich muss Fäden haben und Ding für die Mistkräftsachen. Da können wir dort farmen. Ähm. Ich brauche Stäbe. Hier haben wir Holz. Oder Stöcke so genannt ist. So. Ich brauche ähm. Holz einfach so. Haben wir hier. Und ähm. Was könnte ich noch gebrauchen? Das Eisen von hier drin. Genau. Ja. Wir brauchen keine Rüstung momentan. Ähm. Noch Essen. Genau. Und was noch? Eine Werkbank. Oh no. So. Ein bisschen Pflasterstein. Also müssen wir nochmals runter gehen. Ach dieses blöde Lava da. nervt mich schon die ganze Zeit. Ah ja, Kohle wollte ich raussuchen, aber haben wir jetzt nicht. Hab ich nicht gehabt, sozusagen. Wir hätten Holzkohle herstellen können, aber ja, jetzt ist es egal. So. Solange sie keine Monster hier spawnen. Wir finden recht schnell wieder Diamanten, sicherlich. Hm. Ich sehe gerade nichts. Viel zu dunkel. Keine Kohle, nix. Was ist denn hier los? Ich finde nix. Müssen wir in Höhlen. Wir könnten mal uns dorthin teleportieren, wo das der Stronghold ist. Vielleicht haben wir hier eine Höhle mit Kohle. Ja, hier haben wir Kohle und Eisen. Sehr schön. Genau das brauchen wir. Ja, die Lava zerstört natürlich alle Items. Dann bringt es auch nicht mehr dort hinzugehen, ob schauen, ob etwas gerettet wurde. Vielleicht ist ein bisschen gerettet worden. Können wir dann noch nachschauen, wenn wir einen Eiseneimer haben mit Wasser drin. Das könnte ich eigentlich als Hersteller nennen. Ähm. Ja, wir brauchen eine Werkbank. So. Und hier ist doch irgendwo Wasser. So. Ähm. Legt das gerade? Jetzt geht es weg. Komisch. Aber wir haben jetzt Wasser. Ja, wir haben Wasser. Das sieht. Das hört sich komisch an. So. Noch ein bisschen Kohle abbauen. Können wir direkt Fackeln herstellen. So. So. Schauen, dass kein Krieg bekommt. So. Wir könnten noch tiefer gehen. Vielleicht finden wir irgendwo Diamanten. So. Dann gehen wir zurück. Schauen mal, ob ähm. Etwas gerettet werden konnte. Aber ich denke nicht. Wir haben zu weit, zu wenig weit gebohrt. Ah. Wir könnten uns zum Latest Dead. Nein, das ist zu gefährlich. Stimmt. Haha. Göttchen. Okay. Unser erster Tod. Oh, Mann. Oh. Die Spinne kommt nicht. Gut. Ja, hier ist überall Lava. Also, wo kam jetzt die Lava runter? Direkt obendran. Das sah man nicht irgendwie. Hm. Das ist natürlich nicht so gut. So. Die Lava ist weg. Denke ich mal. Ja, so ziemlich. Hier kam auch Lava runter. Ja, wir haben nichts retten können, oder? Ach Gott. Hier ist auch Lava. Wo ist das? Wo ist das? Bei der Schlucht? Nicht die gleiche Schlucht, oder? Komm schon, bitte. Ah, muss das so lange gehen? So. Hier müssen wir runter. Ah, überall ist Lava. Das nervt so extrem. Toll. Wir sind hier auf Ebene. Ja. Keine Items mehr hier. Oh, Mann. Okay, dann gehen wir nach oben. Suchen uns Diamanten halt irgendwie. Da sind ja schon Diamanten. Ja, genau. Explodier so weit weg. Okay, wir haben Diamanten wieder. Machen wir uns wieder eine Diamantspitzhacke. Hallo, Skeletti. Einen. Ah, nur zwei. Das bringt uns nicht so viel. Hm. Die da oben können wir nicht einfach wegmachen. Okay, dann gehen wir zurück zum Strip. Machen dort mal ein Waypoint. Machen den Dev weg. Ach, Mann, oh. Mit N, aha. So. Genauso wieder hier runter. So. Und dann heißt es mal hier Strip Mine machen. Waypoint. Äh, Strip 1. Das Striptease Club 1. Das Striptease Club 1. So. Einfach mal in eine Richtung suchen gehen. Wir brauchen noch einen Diamanten. Und finden rein gar nichts. Kann das sein, dass es einfach ein schlechter Gang ist. Mal ein bisschen drüber. Hier hat es. Redstone. Kohle. Ja, toll. Muss überall da was. Bitte. Also gehen wir weiter. Noch mal Kohle. Und jetzt muss ich eine neue herstellen. Eine neue Spitzhacke für den Drager. So. Und weiter geht's. Das ist cool. Also geht's. Ja, das ist cool. Es gibt eine neue Spitzhacke für den Drager. So, und wir haben eine Säge gefunden. Mit Redstone, mit Bedrock, ja, jetzt gehen wir zurück in diesem Gang, einfach hier weiterbauen. Na, gibt's nicht so viele Rohstoffe hier oder was? Hi. Eisen, wow. Machen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Hier ist Redstone, hier ist soviel Gravel wieder. Ja, das müssen wir abbauen. Nehmen wir das mit. Hier ist Eisen. Ein Zombie höre ich. Wo ist denn der Zombie? Zombie? Hörst du mich? Hm. Wir müssen ein bisschen weiter wechseln. Nach rechts irgendwie. Wir müssen eine Höhle oder so sehen. Vielleicht treffen wir auf die Höhle. Hallo, ich brauche Diamanten. Da kommt nix. Okay, suchen wir wieder eine Höhle, in der wir uns teleportieren. Zuerst mal zum Haus, zum Sachen auslagern. Zum Sachen in die Kiste tun. So. Kram, die Diamanten. Die Steine. Okay, tun wir die Steine oben hin. Mal das Redstone. Und die Werkbank nehmen wir mit. Das Eisenerz schmelzen wir. So. Also, ähm. Wir teleportieren uns. Zum Stronghold wieder. Und gehen jetzt mal einen anderen Weg. Oh, ich habe kein Essen dabei. Habe ich jetzt das rausgetan? Oh Gott, hier. Das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Ähm. Ja, wir müssen schon fast hier wieder rein. Gehen mal hier runter. Hier ist nix. Hier ist, glaube ich, Lazyli. Okay, okay. So, und hier ist wieder das Stronghold. Bücherregal. Also, die Bibliothek ist da oben. Hm. Dann haben wir alles hier entdeckt. Gehen also kurz mal, ähm, ja, hier entlang. Nehmen wir hier ein paar Pilze mit. Und wenn wir die rote noch finden, können wir Pilzsuppe machen. Aber hier ist auch Sackgasse. Aber ein bisschen Gold. Nehmen wir gerne mit. So, jetzt kann ich. Hier ist irgendwo Lava. Okay. Irgendwo ist hier Lava. Oh Gott. Er schrickt mich doch nicht so. Fast wäre ich wieder ertrunken, der Lava. Aber wie man sagt, wenn man die Lava fällt einfach zermeldet. So, hier ist ein Durchgang. Gut. Grüß Gott. Schon wieder ein Ende. Was sind das denn für Höhlen? Ich höre hier Zombies dort oben. Na, hallo. Hm. Wahrscheinlich sind die Achievements nicht gespeichert worden, irgendwie. Von Mecheln der Mods. Oh, hier ist das andere Ende von der Schlucht. Von wo? Ah, grüß Gott. So. Ich möchte irgendwo nach unten. Zu den Diamanten. Oh, hallo. Guten Tag. Das ist nach oben. Ich möchte nach unten. Okay, dann werde ich hier irgendwo unten einen Vapaint hinmachen. Dann machen wir uns das ein bisschen bequemer. Ich werde natürlich auch die Vapaints dann ein bisschen ausblenden. Das kann ich nicht so löschen. Nein. Ja, daneben ist Lava. Oh Gottchen. Ist nicht so gut, wenn daneben ist Lava und Wasser ist daneben. Oh Gott. Nicht so gut. Weg damit. Ich verhungere. Von wo? Ah, von da. So. Gut, dass wir Zombies erleben konnten. So haben wir ein bisschen Zombiefleisch, auch wenn es nicht so gut schmeckt. Man bedenkt, das ist alles verrottet und weh. Okay, hier ist nix und wir hätten den Wasserfall Ah, Mann. Sie müssen erschrecken, Lava. Alles machen wir hier mal drüber. Wir leben gefährlich in dieser Minecraft-Welt. Sehr gefährlich. Der Zombie ist irgendwie hier unten. Hier ist Lava. Ach, Männer. Mal bist nichts. Ist noch ein bisschen weiter nach unten und hier nach drüben. Ah, da ist der Zombie. Hallo. Hm, Strippen meinen wir ein bisschen weiter. Okay, hier oben ist die Höhle. Ich brauche noch ein bisschen Essen zum Heilen. So, sehr schön. da drüben ist auch noch eine Schlucht. So, also in diese Richtung. Ja gut, wir haben sehr viel geheilt durch dieses Hungerzeugs. auch, Männer. Hm, wo ist die Schlucht jetzt? Unten? Die muss doch oben dran sein. Da. Ah, das ist die Schlucht, wo wir waren. Gut. Dann sind wir ja jetzt wieder hier, oder? Ja. Wir sind wieder hier. Okay. Dann gehen wir nach oben per Teleport. So. Suchen also das nächste Mal nach Diamanten. So haben wir Obsidian, aber keine Diamanten. Also alle Steine und so mal raus und hier nach oben. So, da kann ich die raus, die raus. Ein paar Fackeln machen. So. Pilze raus. Jetzt haben wir Eisen, können mal richtig gut eine Ressie machen. So. Und. Ähm. Ich brauche noch ein bisschen Eisen, Erz. Ich habe eine zweite Spitzhacke vergessen. Und Margarete, dann machst du das Haus schön. Das ist gut. Das ist gut. So. 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 Dann gehen wir mal zur Farm, weil es jetzt gerade Tag ist. Das ist gut. Ähm. Ähm. Ja. So. 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 Und. Hühner. Hier kommt als erstes dran. Was kann ich nicht? Doch kann ich. So. Aber das Problem ist, dort hinten kommen wir nicht raus, wenn wir mal reingegangen sind. Ich brauche also noch zwei Zauntore. So. So. Kann ich das nämlich so machen. Ich gehe hier rein. Füttert die Kühe. So. Und mache hier ein Zauntore rein. Und hier ein Zauntore. Also die Schweine können wir nicht füttern, weil wir brauchen noch die Karotten. So. Und dann kann ich nämlich hier auch das Zauntore weg machen. Geht weg, sonst haue ich euch. So. Und dann kann ich nämlich hier. Wir könnten einen Rundgang machen, aber nein, das wäre nicht so gut. Ah, jetzt muss ich das Zauntore wieder ausrüsten. So. Jetzt haben wir hier, hier und hier einen Eingang. So. So. Kleine Kälber, kleine Küken und kleine Schäfchen. Schäfchen. Jetzt könnten wir hier, können wir mal Holz füllen. So. So. Ähm. Ich denke mal, am schönsten sieht es aus, wenn da hier unser Haus ist. dann haben wir hier schön. Dann haben wir hier schön. Ja, da müssen wir eigentlich ein bisschen abbauen. da hinten wird unser Haus kommen und hier wird irgendwo so ein Holzwellehäuschen oder so sein. da ist dann doch gut. Und die geht nicht, weil das kein Baum mehr ist irgendwie. Die Krone zu kaputt. Ab der geht. Sehr schön. Und der auch. Und diese Birke, bitte. Also jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite an, ob es schön flach ist. Ähm. Dort sehe ich gerade einen Berg. Hm. Oder sagen wir lieber hier die Farm hinbauen. Ja, ich denke, komm, wir bauen hier die Farm hin. Müssen hier einfach ein bisschen mehr Ding abbauen. Ähm. Gerade machen. Alles mal alle Bäume hier. Und die Blumen. Muss ja nicht eine große Farm sein. Oder hier drauf. Mal gucken. Wenn wir hier das hier drauf machen. müssen ja nicht so ein großes Ding machen. Und hier die schöne hin tun. Dann haben wir ein bisschen innovativere Farm. Ja, genau. Ziemlich gut. Also dann haben wir das schon mal. und irgendwo einen Garten hinbauen. Dann ist eigentlich alles gut. So. Jetzt geht es natürlich einige Zeit, bis die groß sind. Jetzt könnten wir mal kurz. Ja, ich mache jetzt einen neuen Part dann. Bald. Ähm. Hier zu teleportieren. Und ähm. Ja, das mache ich dann natürlich weg, der Garten hier. Und mache den Garten eben dorthin. So. Die mache ich wieder hier hin. Okay, okay. So. Im nächsten Part werde ich dann, ähm, Stronghold nochmal ein bisschen erkunden. Bei der Farm nochmal vorbeischauen. Und. Ja, eine Höhle das zu suchen. Ich brauche ja jemanden. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.